Hallo und herzlich willkommen hier bei New German Reviews. Heute mal wieder mit Amno und heute mal wieder mit Reqor. Und ja, ich nehme immer noch nachts auf um 1.48 Uhr in der Nacht. Und wir müssen jetzt hinten zum Edenturm. Das wollte ich nur sagen, weil ich jetzt ein bisschen anders rede, ein bisschen leiser als sonst. Weil sonst wäre es ganz, ganz doof. Ich helfe noch ein bisschen Schaden. Guck mal. Oh. Nein. Sehr komm, sehr. Mach Schaden. Alter, der richtig gut schaden. Okay, alle haben er immer abgelevelt. Oh shit. Was will der denn von mir? Irgendwann weg. Okay. Ich komme mit Danken raus. Guck mal, wie viel er Schaden macht. Wie viel Schaden er macht so rum. Guck mal drauf da. Nein. Nein. Das war das Falsche. Au. Au. Natürlich. Nein. Geht weg von mir. Dankchen. Darauf einmal. Wir machen... Ach du Scheiße. Wir machen Seth und links mehr Schaden. Seth und Mike. Nein. Geht weg von mir. Weil mir macht Feuerschaden. Danke. Was ganz gut ist. Hey. Jetzt in Ruhe. So. Beide weg. Easy. Und jetzt möchte ich einmal da hinten hin. Meine Güte. Können wir bitte aufhören, hier zu spawnen. Nein. Da bin ich gelöscht. Ja. Nice. Danke. So. Easy. Machst du immer gut. Warum bin ich da oben eigentlich gerade runtergegangen? Ach ja. Stimmt. Weil... Macht die super. Geht mal weg. Beziehungsweise ich lande und lasse Danken eben die Arbeit machen. Aber jetzt war ich den hier. Komm Danken. Danken. Komm jetzt hin. Zum Angriff. Au. So, er macht Feuer. Da nochmal hin. Nein. Da. Und... Zack. So, dann kann ich nochmal ein bisschen mit draufhauen. Dann war es auch mit ihm. Und die leveln gerade echt gut. Holy shit. So. Nein. Hier, Drecksteile. Danke. Einmal bitte aktivieren, hier. Ich geh mich voll auf die Nerven. Danke. Hier drüben. So. Aber jetzt direkt hoch. So. Dann hier vorne drauf. Wow. Das war perfekt. Das wäre echt nichts zu übertreffen. So. Danke. Ne. Äh. Seth. Jetzt aber. Ich dachte, ich brauche den extra... Dings nicht. Den... Schub. Hat sich aber ausgestellt. Ich brauche den wohl. So. Hier mal aktivieren. Danke. Danke. Los. Danke. Danke. Danke schön. Oh. Na gut. Komm her, Kumpel. What the fuck? Warum konnte ich da jetzt nicht hoch? Nach. Oh, ich dachte, die werden gerade... Oh, Mann. Ich dachte, die werden gerade. Deswegen bin ich da so hingegangen. Ja. Das ist später in der Nacht. Danke. Danke. Du bist nicht mehr... Jetzt aber. Komm, Danke. Mach es jetzt. Verschmettern. Zu spät, den sie dies. BD. So. Dann haben wir den Zefter ran. So. Hopp. 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 Und dann mal rüber. Dann gehe ich immer mit Duncan hier ran. Hierher zu mir. Zu mir. Danke. Mach es kaputt. Zack. Zack. Und zack. Verschiebe den. What the fuck? Warum wurde ich da jetzt nicht wieder dran? Ich würde mich verarschen hier, oder was? Das ist gerade eine schwere Geburt hier. Das ist gerade eine echt schwere Geburt hier. Ich weiß nicht, warum ich es nicht tun möchte. Danke. Dankeschön. Das ist aber auch nicht irgendwo oben bleibt, ne? So, rüber. Zack. Zack. Hier nochmal rüber. Zack. Zack. Jetzt werde ich in der Luft angegriffen. Ich wollte mich verarschen. Komm hier. So. Duncan einmal. Warte mal kurz. Bis Seth wieder. Hollis. Jetzt. So. Jetzt kann ich da schon wieder nicht dran. Weil der eine Bedrohung ist. Warum kommt der ja nicht mit hoch? Was soll denn der Scheiß? So. Duncan. Du kannst es aber jetzt echt kaputt machen. Zurück zu mir. Oh, die Steuerung ist gerade hakelig. Meine Güte. So. Meine Güte. Ich hab's geschafft. Ich bin stolz auf mich so ein bisschen. Zack. Zack. Ich hätte auch hier direkt hinreißen können, ne? So. Der kommt hier rein. Wo ist noch einer liegt? Nur ich weiß nicht, wo der dritte liegt. Wo noch einer liegt. Was dann eben das sein sollen? So. Noch einer liegt dort. Und der letzte weiß ich gar nicht, wo der liegt. Hm. Wo liegst du? Wo? Ups. Bin fast runtergefallen. So. Wir laufen da liegen irgendwo im Boden drin. Hinten sehe ich was helles. Und das wird er nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. So eine neue Kiste. Da muss ich auch noch eben kurz hin. Und hier liegt er auch. Nice. So. Kiste. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Und was haben wir? Wir haben... ...ein Bauplan. Für OREC. Beziehungsweise... Für den Duncan mit dem OREC. Gelöhnt's. So. Duncan hat so zu einem, glaube ich, einschlagen, oder? Achso. Jetzt. Nein. Kernansätzen. Und... Oh. Verdammt. Nicht genügend prismatische Kerne. Boah. Jetzt brauche ich 15 davon. Wir müssen ja prismatische Kerne finden, oder wie. Okay. Dann suchen wir prismatische Kerne. Ist ja auch kein Problem. Wir finden die bestimmt irgendwo. Ich will es ja nicht sagen. Aber so kann man auch ein Spiel strecken, ne? So. Wo war jetzt dieser... Wo war jetzt das scheiß Leuchte-Ding? Da. Dafür brauche ich Seth, oder? Hier drüben. Da los! Scheiße. Ja, genau. Dafür brauche ich jetzt gerade eben... ...den allerliebsten Mech. Shit. Okay, vielleicht finde ich ja sonst noch hier irgendwo... ...Innenkerne, wenn ich wieder das Ding finde. Wenn ich wieder die... ...ä... ...wei Sachen finde. Wäre auf jeden Fall super. Halt nichts zu geben. So, da oben haben wir auch Flaggen. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Wir laufen jetzt erstmal in der Welt ein bisschen rum. Und sehen da hinten, dass man da Leben kriegen kann. Dann würde ich auch mal sagen, ich gehe da hin. Aber erstmal möchte ich auf diesen groten Stein. Der große Stein hat es mir angetan. Da ist bestimmt irgendwas Besonderes oben drauf. Vielleicht ja sogar nur ein Prisma-Ding. Wäre auf jeden Fall super. Irgendwas muss hier oben sein. Nein. Hier oben ist rein gar nichts. Aber. Ich könnte versuchen, von hier aus... Ich bin tot. Nein, doch nicht. Okay, könnte ich doch nicht versuchen. Ich wollte dann nicht später eine Luft halten. Und doppelter machen, dann einfach so nach vorne. Aber doch, du, das klipp... Und das klappt vielleicht. Klappt aber nicht. Soll ich da hoch? Und doppelter Jump? Ja. Dann wollte ich mir das nehmen. Im Dom. So, dann muss ich in den nächsten Folgen... Weil diese Folge wäre das jetzt nicht mehr so wirklich angehen. Prismodisch für Kerne finden. Zack, zack. Und dann... Wir haben wir hier einmal Leben. Okay, was war das? Ah. Okay. Jawoll. Jawoll. Okay. Dann können wir da also was öffnen. Also, irgendwas öffnen. Warte, hier kann ich auch mein Team ändern. Dann kann ich auch da irgendwie die Dings mitnehmen. Sachen ausgraben. Weil man weiß ja nie, was da oben drin steckt, ne? Ich weiß auch nicht mehr, was bei den Glänzenden drin war. Deswegen komme ich jetzt gerade... Hey, Violet! Hallo, Violet! So, einmal Crew auswählen. Und einmal... Äh... Mech und Seth. Würde ich sagen. Dann würde ich einmal Seth hier haben. Ach, Mech hier haben. Nicht Seth. Mech haben. Und jetzt. So, hier liegt nämlich noch was rum. Und da kann man was ausgraben. Lassen wir jetzt mit dem ausgraben. Los, Mech! Such! So, liegt hier ein prismatischer Kern? Hier liegt was. Hey! Zieh dich hier mal um! Und das ist nur irgendwie ein Bug. Nein, lol. Das ist nur irgendwie wohl ein Bug. Was da irgendwas ist. Das ist natürlich doof. So, dann nehme ich aber mal... Wie der... Es ist eine schwere Entscheidung. Ob ich jetzt Mech mitnehme oder... Oder... Duncan. Weil Duncan ist stark, aber Mech ist cool. Und Mech kann Sachen machen, die Duncan zum Beispiel auch nicht kann. Was halt Sinn macht, weil es zwei verschiedene Charaktere sind. Und so, und Mech macht verdammt viel Schaden. Was Duncan zwar auch macht. Aber Mech macht verdammt viel Schaden. Aber Mech macht verdammt viel Schaden. Weil er kann... Er kann hier einfach mal eben so... Und sofort externe. Er kann... Einfach mal den Gegner... Direkt zerstören. So, halte ich da unten noch mit. Ja. Jo. Komm ich hier irgendwie hoch. Das sieht so aus, ja. So, dann nehme ich ihn erst mal. Hopp. Dann hier dran. Hier ran. Dann hier dran vielleicht. Ja. Scheiße. Hier ran. Und die Sachen hirken mich nicht. Hier gehe ich auch jetzt einfach hier durch. So. Was haben wir hier? Kerne ansetzen. Boah. Alter. Der Kerl muss stärker sein. Boah. Boah. Nice. Boah. Okay, wir verstehen ihn sowieso nicht. Da muss ich jetzt nicht die Fresse beihalten. So, jetzt haben wir elf prismatische Kerne. Okay, also finden wir welche, wenn da so Sand auch ab... Ist das da zum Beispiel? Das sieht mir stark danach aus, da vorne. Ist da vielleicht auch ein prismatischer Kerne drunter? Wenn ja, dann werde ich in der nächsten Folge eben solche Sachen suchen. Ja, hier wird einer drunter sein. Hoffe ich. Was ist hier? Hier ist nichts. Ups. Ich glaube, ich sollte auch immer so bei Matt bleiben. Und sein in dem Gebiet, wo er sucht. Okay, zur Mitte hin. Yes! Bitter den prismatischen Kern. Fuck. Okay, doch nicht immer. Uh, was kriege ich jetzt? Sandkratzer. Sinken können ja. Okay. Dann würde ich sagen, wenn es mir gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Okay. Okay. Doors.